Ja, kennt ihr das Problem? Es gibt immer mehr Fernbedienungen, die man mitnimmt. Man hat Portemonnaie, man hat Schlüssel, man hat Regenschirm und man findet nie so einen richtigen Platz im Wohnmobil oder Reisemobil dafür, will aber gerne Ordnung haben. Zumindest mir geht es so. Ich zeige euch gleich was, was da Abhilfe schaffen kann. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. Nach dem Intro legen wir gleich los. Ja, wie sagt man so schön? Ordnung ist das halbe Leben. Und das trifft vor allen Dingen auch im Wohnwagen oder Reisemobil zu, weil der Platz sehr eng ist und man hat doch relativ viel Zeug dabei. Unter anderem heutzutage viele Fernbedienungen, Schlüssel, Portemonnaie, Handys, pro Familie mindestens eins garantiert, also zumindest ist das bei uns so. Und das muss ja irgendwo hin und fliegt irgendwo da rum. Man hat nie einen ordentlichen Platz. Und da kam jetzt die Firma Camberhalter auf mich zu. Der Steffen ist selbst Camber und hat quasi über den 3D-Druck Halterungen entwickelt. Unter anderem habe ich ihm die beiden Fernbedienungen hier geschickt. Da hat er noch keine Halterungen entwickelt gehabt und hat mir dann die Halterungen gemacht. Passgenau. Und hat die auch mittlerweile im Shop. Ich verlinke euch gerne die Internetseite von Camberhalter. Da findet ihr im Shop ganz, ganz viele Produkte. Ich habe jetzt auch nur die, die ich wirklich selbst verwenden möchte, weil das ist mir ja wichtig, dass ich selbst wirklich nur das vorstelle, was ich wirklich selbst brauche und selbst benutze. Aber es gibt Halterungen für Schlüssel von Reisemobilen. Also Mercedes, Fiat, was es da so alles gibt. Es gibt Halterungen für Akkus oder die Ladegeräte von E-Bikes zum Beispiel gibt es Halterungen. Für Schuhe, für alle möglichen Fernbedienungen von jedwedem Hersteller gibt es Halterungen. Also schaut da einfach mal im Shop vorbei, was es da gibt. Und vor allen Dingen, was ich sehr positiv finde, extrem positiv ist, es sind überall Bohrlöcher drin. Man kann es also anbohren im Reisemobil-Wohnwagen. Da bin ich jetzt persönlich kein großer Fan davon, denn ich würde es lieber kleben. Und das geht natürlich auch. Und da habe ich den Klaus von Bokaw auf dem Cambercamp getroffen. Da hatte ich ja auch ein Video gemacht. Und der Klaus hat mir dann die Tesa Power-Sips empfohlen. Und ich habe auch schon welche angeklebt. Einfach mal zum Testen. Ich will euch ja nichts vorstellen, was nicht hält. Kann aber sagen, einwandfrei passt wunderbar. Und vor allen Dingen, ich kann es wieder entfernen. Das ist mir ja wichtig. Spurlos entfernen. Wenn ich den Halter nicht mehr brauche, Wohnwagen verkaufe, die Halterung will ich behalten. Was auch immer. Einfach wegmachen, Halterung aus dem Wohnwagen rausnehmen und den nächsten reinkleben. Das finde ich wirklich toll. Und hinten ist auch immer eine gerade Seite, wo ich auch den Kleber, also diesen Stripe, ganz gut anbringen kann. Ist überhaupt kein Thema. Das Material ist sehr dick. Also das ist wirklich Qualität. Muss man wirklich sagen, war ich überrascht, wie dick das doch ist und wie stabil das ist. Und passt natürlich perfekt für die Fernbedienung. Da wackelt nichts, da ruddelt nichts. Gerade im Reisemobil während der Fahrt will man ja nichts scheppern haben. Im Wohnwagen ist es egal, da hört man es ja hinten nicht. Aber im Reisemobil ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es nicht klackert und sowas. Und auch hier, das passt perfekt. Das ist die Fernbedienung übrigens von der Klimaanlage. Passt wirklich perfekt einwandfrei. Es gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier das hier fürs Handy oder könnte auch eine andere Fernbedienung sein. Mein Beige. Also ihr könnt euch da im Shop verschiedene Farben aussuchen. Es gibt eine Halterung, das ist mir besonders wichtig. Das war so mein Hauptargument eigentlich, weil mich das immer aufregt vorne im Gaskasten, wenn diese roten Deckel von der Gasflasche da rumfliegen. Ihr kennt das Problem hoffentlich. Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch auch so geht. Fand ich ganz schlimm. Und es gibt eine Halterung für zwei Flaschen oder auch für eine Flasche. Und die werden einfach hier eingeschoben und dann halten die. Fertig. Wie gesagt, für zwei. Ich habe auch mal zwei Deckel dabei. Die könnt ihr irgendwo im Gaskasten anbringen, wo sie euch nicht stören. Wie gesagt, auch hier sind Bohrlöcher drin. Aber auch hier, ich würde sie kleben, da wäre das Thema durch. Und was noch schön ist, es gibt auch so Rafterhalterungen. Ich habe ja zum Beispiel die Halterung hier, diese Stange für die Markise für die Seitenwand. Die ist ja mit einer Kederleiste versehen. Die fliegt bei mir auch im Boden rum. Und deshalb wollte ich auch mal eine ordentliche Anbringung haben. Hier haben wir so Halterungen. Das kann man da schön reinklicken und dann auch wieder rausnehmen. Finde ich auch echt perfekt. Auch hier zwei Bohrlöcher. Aber es geht auch kleben. Wobei, wenn das unten in der Unsternkonstruktion vom Bett ist, wo ich eine normale Dachladung so etwas habe, da würde ich es auch eher bohren, weil da ziehst du ja eher mal dran. Weiß ich nicht genau, ob das dann so gut ist. Also da hätte ich jetzt kein Problem, es zu bohren, wenn es irgendwie an einem Konstruktionsholz wäre zum Beispiel. Jetzt hier im Innenraum, wo man es sieht, mit Sicherheit nicht. Ja, und was auch ein tolles Thema ist, ist das Thema Regenschirmhalterung. Ich blende euch das gerne mal ein. Den habe ich nämlich schon angebracht, um es zu testen. Weil in der Tür, in der Wohnwagentür ist immer viel Platz, der verschenkt ist. Und den Regenschirm brauchst du ja eigentlich nur, wenn du rausgehst. Also aus dem Wohnwagen oder aus dem Vorzelt. Also kann er auch ruhig in der Tür drin hängen. Und da hatten wir einen schönen Platz. Ich blende euch mal ein. Ist eine Regenschirmhalterung. Und es ist auch schön eingraben, mit einem 3D-Drucker da gemacht. Regenschirm finde ich wirklich so ein kleines, nettes Detail, was schön gelöst ist. Ja, während ich jetzt fertig erzähle, zeige ich euch mal einfach Bilder, wie ich die Sachen hier bei mir angebracht habe, wie ich es gelöst habe, wie man den Kleber aufbringt. Das brauche ich nicht zu zeigen. Es ist, wie gesagt, doppelseitig Klebeband. Eine Seite drauf, andere Seite dran, geklebt, fertig. Das ist relativ unspektakulär. Zeige euch einfach mal, wie das ausschaut bei mir. Ich finde es wirklich eine super Lösung, muss ich wirklich sagen. Aber jetzt seid ihr dran. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das schon kanntet, ob ihr es gut findet. Oder habt ihr Fragen dazu, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ich gebe es gerne weiter an den Steffen. Der beantwortet ihr dann bestimmt gerne. Lasst mir ein Like fürs Video da und ein Abo für den Kanal. Das würde mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.